Willkommen im aktuellen Photoshop Tutorial Nummer 6, glaube ich, sind wir jetzt. Ich mache heute ein Tikka-Gesicht. Klingt komisch, ist aber so. Nein, ich möchte ein Porträtfoto umwandeln, dass es so wirkt, als ob es ein Fury wäre. Oder ein Furi. Fury, Furi, Furi. Und zwar habe ich mir ein, diesmal nehme ich nicht mein Gesicht, sondern mal ein etwas komplizierteres, dieses. Ich habe zwar gerade keine Ahnung, wer das ist, aber ich habe mir dieses Foto einfach mal rausgesucht. Frei bei Google unter Porträtsuche. Ja, und da will ich ein Tiger-Gesicht draus machen. Könnte kompliziert werden. Ich habe es tatsächlich noch nicht wirklich probiert. Deswegen versuche ich einfach mal ein Glück. Damit ich nachher Gesichtszüge dem Tiger anpassen kann, muss ich mir das, wie wir das schon kennen, muss ich mir das einmal als Referenzdatei speichern, damit ich, damit das Tiger-Gesicht nachher die Form annehmen kann. Deswegen, wir kennen das schon, mache ich mir erstmal, mache ich das erstmal zur normalen Ebene, gehe auf Filter, gehe Verzerrungs-, äh Quatsch, auf Weichzeichnungsfilter, gehe auf den gauschen Weichzeichner. Und nehme mal hier so, ja, 4 Pixel, ist schon gar nicht mehr so schlecht, einfach nur so ein bisschen, könnte auch auf 3 gehen. Das ist eigentlich nicht so ganz wichtig. Hier wollen wir mal 3 sagen, okay. Sage hier Speichern unter und gehe hier auf Minded Displacement, die ich ja schon öfter mal benutzt habe. Speichere die einfach über. Das ist mir eigentlich ja völlig egal. Großartigen Hintergrund brauche ich auch nicht ändern. Ich mache dann einfach alles erstmal rückgängig. Schleuchung Z, dass ich den Weichseite wieder draußen habe, weil den brauche ich nicht. Aber ich brauche eine ganz andere Sache. Und zwar, ich will ja das Gesicht ersetzen. Deswegen brauche ich das Gesicht als eigenen Kanal. Das hört sich ein bisschen doof an, aber das geht ganz einfach. Ich nehme hier mal das magnetische Lasso. Klicke hier einmal an der Gesichtspartie und gehe mal mit der, ich mache es tatsächlich jetzt mit der Maus, einfach mal so ein bisschen dem Gesicht, was ich sehe, entlang. Mit Haaren, könnte ruhig schon ein bisschen mit drin sein. Und hier an der Kinnpartie lang. Klicke auf den letzten Punkt, also den ersten Punkt, den ich angefangen habe, und den letzten Punkt, den ich wieder abschließt, zum Abschließen benutze. Und klicke einfach mal, okay, dann habe ich das markiert. Und das brauche ich jetzt aber so ein bisschen mit Haare. Hier auf Kante verbessern. Mache einen Schmarrradius an. Bauen den Schmarrradius ganz nach oben. Ja. Und mache mal so den Kontrast auf 20. Oder? Nein, das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber das kann so bleiben. Ähm. Ja, und lasse es hier auf Auswahl stehen. Ich gehe jetzt allerdings nochmal mit einem etwas größeren Pinsel. Hier so ein bisschen über die Haare rüber. Genau. Und hier nochmal über das Kinn. Ich mache das nochmal mit einem Negativ. Drücke dazu die Alt-Taste, weil ich will das Gesicht wirklich vollständig mit drin haben. Und nehme mal hier wieder mit. Ich möchte also nur das Gesicht und die Haare haben. Habe jetzt mit Alt gedrückt, Alt-Taste, habe ich jetzt Gesichtspartie und so weiter mal drinnen gelassen. So, dass das Gesicht nicht irgendwie graue Punkte drin hat. Das ist, glaube ich, schon ganz okay. Das kann man so nehmen. Ich drücke OK. Dann markiert er mir das so ein bisschen. Gezickelt und gezickelt. Das ist auch völlig egal. Und gehe jetzt hier auf Auswahl. Und Auswahl speichern. Und sage jetzt hier einfach mal Gesicht. Also einen neuen Kanal soll erstellen. Detail Displacement. Das ist eigentlich, ähm. Ne, wir nennen die nicht Displacement, sondern in der neuen Datei. Name. Gesicht. So, neuer Kanal. Wupp. Jetzt hat er mir ein komplett neues, eine komplett neue Datei erstellt. Das wollte ich aber eigentlich gerade gar nicht. Ne, okay. Müssen wir tatsächlich noch einmal anders machen. Wir müssen uns das Original einmal abspeichern, neu abspeichern, damit das nicht ins Displacement speichert. Äh, machen wir mal Tiger Roman. Jawohl. Jawohl. Die Markierung ist noch da. Ich gehe auf Auswahl. Gehe auf Auswahl speichern. Unter Teil gehoben soll es speichern. Arme. Gesicht. Okay. Jetzt hat er mir hier unter Kanäle, ich weiß nicht, ob man das gut im Video nachher erkennen kann, weil ich, äh, auf, äh, in, ähm, 1900 aufnehme, also 1080p aufnehme. Und da ist Photoshop sehr, sehr klein. Mir reicht es aber. Er hat hier unter Kanäle jetzt ein neues Gesicht hinzugefügt. Ich kann es hier auch nochmal groß zeigen. Äh, was ich mir später nur als Referenz wieder rausnehme. Das ist also nicht ganz wichtig für Farben oder so, sondern einfach nur, dass ich die Auswahl nochmal habe. Gehe hier zurück, äh, auf meine, auf meine normale Ebene 0. Mach die Auswahl weg. Und, ähm, jetzt brauche ich den Tiger. Den Tiger. Habe ich mir einfach eine Frontaufnahme eines Tigers genommen. Diese hier. die ich jetzt auf das andere Gesicht draufhaben will. Jetzt nehme ich mir mal nicht das magnetische Lasso, sondern das normale Lasso. Und fahre mal hier über die Haare. Also nur die Gesichtspartie. Mit Kopf vorm Ohren brauche ich nicht. Es ist selten, dass ein, ein Fury, die Ohren von dem, von dem Tier hat. Habe das Gesicht jetzt markiert. Gehe auf Kante verbessern. In dem Fall brauche ich allerdings auch den smarten Radius. Brauche ich den kompletten Radius. Und hier stelle ich tatsächlich mal 20% ein. Ja, das ist ein bisschen besser. Dann ist das hier an den Kanten nicht so krackelig. Ja. Das kann alles so bleiben. Das ist in Ordnung. Hier sage ich einfach mal neue Ebene. Nicht Auswahl, sondern neue Ebene. Dann stellt er mir hier eine neue, äh, eben Hintergrundkopie. Die fasse ich mir an. Mit meinem Aus, äh, ja, Auswahlwerkzeug. Nicht Auswahl. Mit dem Pfeilwerkzeug. Gehe auf mein Gesicht. Lasse es hier los. Ist ein bisschen groß. Ich drücke STRG T. Und ziehe mir das erstmal so ein bisschen kleiner. So halb. In, erstmal ganz grob in, in Gesichtsgröße. So. Sieht natürlich noch nicht wirklich sehr interessant aus. Drücke erstmal OK. jetzt stelle ich mir mal eben die Sichtbarkeit so auf, auf 40, 50 Prozent, dass ich das Hintergrundgesicht noch sehe. Und kann mir jetzt natürlich noch ein bisschen genauer hinschieben, so dass Nase, Augen und Mund so ungefähr eine Linie bilden, so wie es auch auf dem Foto ist. Ich nehme jetzt mal die Augen als Referenz. Genau. Drücke nochmal STRG T. Ziehe mir das Fenster so ein klein bisschen nach oben. Nase und Mund stimmen schon ganz gut. Könnte noch ein klein bisschen weniger sein. Achte jetzt aber auch schon gleich so ein bisschen da drauf, dass die, dass das, dass das die untere Partie im Gesicht auch passt. Also, dass der Mund auf den Mund passt. Dass die Nase auf die Nase passt. Die Frau hat jetzt tatsächlich ein sehr tiefes Kinn. Deswegen muss ich gleich, gleich ein bisschen mehr verformen. Wir machen das jetzt aber mal so, dass hier oben das verformen wir uns gleich noch ein bisschen anders. Da gibt es auch ein schönes Werkzeug von Photoshop. Ja, wir machen das jetzt mal auch ein bisschen mehr an Fülle. Deswegen ich teste jetzt einfach noch so ein bisschen, wie es am besten wirkt. Weil der Mund ist eigentlich hier, die Nase sind vier weiter unten. Wir machen das jetzt mal erst grob mit den Augen. Wir nehmen die Augen als Referenz. So. Und zwar gehe ich jetzt mal erst mal bestätigen, dass es so bleibt. Jetzt gehe ich mal auf Bearbeiten, Transformieren, Performen. Dann bildet sich so ein wunderschönes Raster. Und dieses Raster kann ich anfassen und bestimmte Teile mitnehmen. Ich passe jetzt mal die Pupillen über die Pupille. Die Nase über die Nase. Dann waren da die Pupillen natürlich wieder ein bisschen weiter weg, weil das Ganze natürlich mitnimmt. Immer wieder so ein klein bisschen anfassen. hier oben die Gesichtspartie muss auch mit. Der Mund mit der Nase muss hier hin. Schön ist, ich kann jetzt auch hier die Ecken anfassen und einfach die Ecken so ein bisschen auseinanderziehen, wenn es mal so schlecht ist. Kann es quasi ein bisschen breiter machen. Das ist vielleicht noch zu breit. Ein bisschen doof ist, die Frau hat echt ein tiefes Kinn. Also fotoperspektivisch jetzt. Wie gesagt, ihr kennt die Frau nicht, aber vielleicht hat sie ja tatsächlich so ein tiefes Kinn. Guckt immer so ein bisschen komisch. Egal. Ich passe mal diese Ecken von dem Maul passe ich mal mit den Ecken von ihr an. Das glaube ich wirkt ganz gut nachher. Obwohl hier noch ein bisschen durchschimmert von dem Gesicht. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Ja, das ist schon. Ich glaube, das ist so ganz enorm. Drücken mal OK. Jetzt haben wir schon mal perspektivisch ganz gut angepasst. Hau hier wieder meine Stärke rein. Also meine Deckkraft. Und gehe ähm wie mache ich es jetzt am besten? Die Deckkraft lasse ich noch ein klein bisschen raus. Aber die kommt gleich wieder. Und zwar machen wir jetzt erstmal äh habe ich jetzt dieser Ebene den Verzerrungsfilter rein. Und zwar den versetzten Verzerrungsfilter. Setze ich den mal auf 5 und 5. Auf Ausfall skalieren und auf Kantenpixel wiederholen. Auf OK. Jetzt fragt er nach der Displacement-Datei. also die die ich schon öfter mal benutzt habe. Will anpassen. Jetzt haben wir gesehen er hat es versucht dem Gesicht so anzupassen. Hier sieht man es am schönsten sag ich mal an dieser Kante. Und den Haaren die sind jetzt ein bisschen zottelig geworden ist aber nicht ganz so wild. Und ich glaube mein Handy egal mein Handy ignoriere ich. Jetzt erstellen wir uns noch eine geile Maske dazu. Dazu gehe ich jetzt mal auf Kanäle drücke Steuerung drücke auf das Gesicht jetzt sieht man schon dass er das hier wieder rausholt das Gesicht gehe auf die Ebene zurück und erstelle mir mit dem Klick hier unten auf Ebene Maske eine Ebene Maske und jetzt siehe da da haut es schon richtig schön in das Gesicht rein. Das gefällt mir so schon ganz gut. So jetzt nehmen wir uns einen Pinsel mit schwarzer Farbe nicht zu groß nehmen wir mal hier bei dem Bild 26 16 16 immer mal 16 zoome mir mich an die Augen ran Pinsel nochmal Deckkraft des Pinsels auf 100 Härte auf 0 Größe ok und male nehmen jetzt mir die Augen der Frau zurück ins Bild nicht zu viel vom Originalauge wegnehmen es wirkt dann doof die Augenbrauen man sieht sie schimmern hier noch durch das ist aber finde ich nicht ganz so wild das sieht man im großen Bild nachher nicht die Nase relativ auch gut der Mund ist natürlich noch extrem wichtig den sollten wir rausarbeiten so ich folge natürlich jetzt einfach nur den Linien von den Lippen im Hintergrund so schlecht aussieht hier kann ich noch ein bisschen kleiner werden schon vielleicht ein bisschen zu viel mal einen größeren Pinsel und gehe noch mal so ein bisschen an den Handen lang ganz gut so gehen wir ganz zurück was hier dann an der Ecke passiert achso das sind die Haare ich dachte gerade so das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus so ich erstelle mir jetzt nochmal eben eine Kopie von der ganzen Geschichte setze mir diese Ebene auf multiplizieren und füge da wieder die 100% Deckkraft rein jetzt wirkt das schon mal ein bisschen kräftiger die Ebene hier oben die benutze ich jetzt umgekehrt da mache ich jetzt STRG I negiere das Ganze allerdings mache ich die Ebene noch mal komplett weg nur um sie zu löschen die kommt jetzt gleich wieder und zwar hier oben E-Maske alt gedrückt halten ne STRG I brauche ich in weiß ja so ich habe doch ich doch in schwarz nehme noch mal meinen Pinsel zur Hand mache den mal ein bisschen größer mache die Deckkraft mal ein bisschen weniger und male jetzt mit weiß nehmen wir eben Haare und was mich eventuell noch so ein bisschen stört und wieder zurück zu viele Haare darf sie an der Kinnpartie nicht haben der Bart da kann ich die Deckkraft hochdrehen nicht in schwarz und weiß natürlich da bin ich ein bisschen zu weit über den Mund gekommen nicht gängig den Haaransatz darf natürlich auch nicht vermalt werden das muss ja schön ineinander übergehen sag ich mal halbwegs gut übergehen hier am Kinn gefällt mir das noch nicht so ganz das Problem ist das ist jetzt das was dem was vorher gut penibel genau drauf geachtet werden muss dass man da halt die Auswahl richtig macht das ist aber wie gesagt ja nur ein Beispiel wie du ich finde das ist schon ganz gar nicht mal so schlecht geworden ich mache mir jetzt nochmal hier auch auf multiplizieren da habe ich gerade aus Versehen im Bild selber gemalt das will ich nicht ich will natürlich auf der Maske malen und hier kann ich die Weckkraft auch wieder ausgängen ne da mache ich das das lasse ich hier auf normal damit der Bart da durch kommt kurz zurück damit der Bart auch wieder vollständig ist so auf normal stellen auf B und weißer Farbe den Bart ausarbeiten nicht wieder zu dicht in den Mund malen immer das gleiche mit mir ich bin ja schrecklich mit den Mund treffe so normal hier auf multiplizieren jetzt mache ich mir damit es noch ein bisschen aus Gesicht halt noch ein bisschen mehr durch scheint mache ich mir einfach eine Kopie von der Grundebene ziehe mir die ganz nach oben nicht wundern dass das jetzt wieder normal aussieht gehe jetzt hier auf der Kopie von der normalen Ebene auf weiches Licht das sieht gar nicht so schlecht aus ne so man könnte jetzt ich versuche mal zu spielen mache hier noch mal eine Farbton Sättigung die sich nur auf unten aus versuche einfach mal die Haarfarbe ein bisschen goldener zu machen ich finde das Gesicht natürlich auch goldener das ist aber nicht so schlimm können wir nämlich gleich wieder weniger machen das sieht gut aus wir haben hier ja eine Maske drin genau diese Maske und hier holen wir uns jetzt wieder Kanäle natürlich alle aktiv lassen die brauchen wir nicht und hier die machen wir eben mal weg und zur Farbton Sättigung machen wir jetzt bei der Auswahl einfach die hinzu die muss aber genau negativ sein also eine negative Maske hinzu so dass sich alles außerhalb des Gesichtes einfärbt so da hat sie ein bisschen goldeneres Haar ist nicht mehr ganz so blond und ich denke mal wenn man jetzt das ist wie gesagt es ist eine eine Variante wo ich ich bin hier noch nicht ganz zufrieden beim Übergang das könnte ein bisschen schöner sein aber das sind doch die Haare die dann nicht ganz so schön liegen bei der Aufnahme und hier sieht das halt so ein bisschen merkwürdig aus weil die Kante hier so mit drin ist jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen ich nehme einfach mal Radiergummi und warum macht das anders ich gehe auf die Ebene nach Reformen und wo kommt die Ebene schon in dieser so 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 und so doof gesagt kopiert man sich eine Tigerfratze auf sein Gesicht es hängt stark davon ab was man für ein Porträt nimmt also man kann nicht mit irgendwelchen Schrägseitenaufnahmen sowas hinkriegen funktioniert meistens nicht so gut außer man arbeitet wirklich sehr sehr detailgetreu und man muss halt wirklich auf seine seine ausstand das ausschneiden auf die Kanten achten die man da produziert extrem wichtig kann man eine Menge verkehrt machen bei der Auswahl aber ich finde fürs Endresultat finde ich glaube ich ist es gar nicht so schlecht geworden jetzt mache ich direkt ein Thumbnail daraus für YouTube Schöne Schrift abfinden hier was ist da sowas so ganz schön groß bitte Schrift über alles Schrift über alles transformieren sit sit warum ist das eigentlich so das ist doch so so ist doch nochmal ganz zurück einfach nur einmal klicken jawohl so und hier zum skalieren so so der Schrift noch eine noch gelieff verfügen ein leichtes Schlagschatten Hier, hier, drüber. So ein paar Schotten. Ja, siehst du, und dann kann ich gleich noch eine kleine Mini-Geschichte zeigen. Schönheitsflecken beheben, da hässlicher Punkt, ganz doof, eklig, sofort verschwinden lassen, Reparaturbereichspinsel, äh, oder Pflaster, also Bereichsreparatur Pflaster. Ebene auswählen, ein bisschen groß, kleiner machen, Härte, braucht nicht ganz so doll, da rüber streichen, und dann wird's ne Narbe. Okay, machen wir anders, äh, rückgängig, ähm, Stempel, Kopierstempel, diesen, diesen Bereich hier kopieren, alt gedrückt halten, kopieren, hier rüber gehen, und das Ding wegretuschieren. So, der scheint von der anderen Ebene noch durch, von dieser hier, da machen wir genau das gleiche, tut, 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 noch mal ein bisschen, so, so, schon ist das Ding wegretuschiert. Und, so, lassen sich ruckzuck Pickel, Mitesser und, äh, dermatologische, ähm, Besuche verhindern. Ich habe gesagt, nein, egal. Ähm, ich speichere mir das Ganze natürlich noch, damit ich's hab für die Zukunft, und mache mir davon direkt auch ein JPEG, damit ich ein Thumbnail habe. Punkt, Dank, so, und damit sag ich, viel Spaß beim Nachmachen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.